Da ist ein älterer Mann und der sagt dann, dass der Junge sich ausziehen soll. Und dann fängt er einfach an, das Kind anzufassen. Also zwischen den Beinen. Das war so... keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Der Junge ist vielleicht sechs oder sieben Jahre alt. So wie mein kleiner Bruder. So wie mein kleiner Bruder.